Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video möchte ich hier mal diesen Kennen zeigen. Der zeigt beim Einschalten die Fehlermeldung 5B00 an und da gucke ich mal nach, was das ist. Wenn man den Drucker einschaltet, dann initialisiert er sich und zeigt aber direkt diese Fehlermeldung an. So sieht diese Meldung aus. Druckerfehler ist aufgetreten an Service-Center-Wänden und da schaue ich mal, ob da irgendwas im Drucker drin ist. Zuerst mache ich mal den Drucker auf und schaue mal, was hier passiert. Und da passiert gar nichts. Normalerweise muss der Druckkopf in die Mitte fahren, der ist aber hier rechts in dieser Parkposition, lässt sich auch so erstmal nicht bewegen ohne Gewalt und fährt aber auch nicht in die Mitte. Hier neben in diesem Halter ist eine Schraube drin, die habe ich mal rausgeschraubt. Dann kann man diese Klappe ein bisschen weiter aufmachen und dann kann man das hier so arretieren. Dann kann man besser reinschauen. Bei diesem Druckerfehler 5B00 blinkt das orangene Licht 7x und das grüne auch, also in der Summe dann 14x. Das kann man hier vorne abzählen, muss auf die Pause warten, wenn euer Drucker kein Display hat oder das am Bildschirm nicht angezeigt wird. Und Ken sagt, man soll den Drucker ausschalten und im Druckerraum schauen, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind. Und das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hier drüben ist der Druckkopf in der Parkposition und hier ist der Druckinnenraum. Da sieht man erstmal nichts an Fremdkörpern, was hier rum liegt. Es kann natürlich sein, dass hier unten was drunter ist. Da kann man diese Weifen ganz vorsichtig anheben und wenn sich da was verkantet hat, egal ob das Papier ist oder irgendein Stück Plastik, was da reingefallen ist, dann kann das auch hier unten zu finden sein. Hier hinten in den Papiereinzug, da solltet ihr auch mal reinschauen, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind. Da fallen natürlich immer leicht Gegenstände oben vom Deckel rein und die können da mit eingezogen werden und in die Mechanik blockieren. Ich habe jetzt das Netzkabel aus dem Drucker rausgezogen, das heißt der Drucker ist ohne Strom. Das ist immer ganz wichtig, wenn man an dem Druckkopf was macht. Den sollte man nicht bewegen, wenn der Drucker noch eingeschaltet ist. Da können die Sensoren von Schaden nehmen. Was hier bei dem Gerät auffällt, ist, dass der Druckkopf sich gar nicht bewegen lässt und auch nicht bewegt wird, wenn der Drucker eingeschaltet wird. Normalerweise ist das immer der Fall. Spätestens wenn man diese Klappe aufmacht, fährt der Druckkopf in die Mitte und hier scheint irgendwas zu klemmen. Es kann sein, dass entweder irgendwelche Fremdkörper da hinten sind oder irgendwas abgebrochen ist oder es kann sein, dass diese Reinigungseinheit den Kopf von unten blockiert. Das wäre eigentlich normal, aber wenn man den Drucker einschaltet, dann lässt diese Reinigungseinheit den Druckkopf los und dann müsste der eigentlich bewegbar sein. Man kann natürlich versuchen, den Druckkopf mit ein bisschen Gewalt jetzt hier rauszuziehen. Man weiß natürlich nicht, was da hinten drin genau hakt oder klemmt. Das ist immer so eine Sache. Da kann man natürlich den Drucker irreparabel beschädigen. Andererseits in dem Zustand jetzt macht er auch nichts. Was man noch versuchen kann, man kann hier diese Plastikklappe abmachen. Die kann man hier rausschneiden mit einem Messer oder ähnliches und kann dann hier schon mal die Patronen rausnehmen. Dann kann man ein bisschen weiter hier reingucken. Das mache ich aber jetzt erstmal nicht, weil wenn man diese Klappe bei diesem Modell hier weg macht, dann kann man den Druckkopf hier nicht rausnehmen. Hier dieser Bügel, der geht einmal hier ums Eck und da kommt man auch nicht hin, weil ein Teil von dem Druckkopf unter dieser Plastikabdeckung hier hinten ist. Und ich versuche den Druckkopf mal ein bisschen anzuheben und ein bisschen zu ziehen. Und irgendwas hat er geklemmt und hat er eben nachgegeben. Und jetzt kann man sich das mal angucken. Hier hinten sieht man jetzt diese Reinigungseinheit, auf der der Kopf aufsitzt, auch Perch Unit genannt. Das ist dieses Element. Das ist ziemlich schmutzig mit Tinte. Das ist relativ normal. Die kann man so hoch und runter drücken und manchmal verhaktet sich und blockiert den Druckkopf. Da gibt es noch mehrere ganz kleine Hebel, die sind ganz schwer zu sehen. Hier ist einer, der bricht leicht ab. Je nach Modell, was für ein Drucker man hat. Sind das mehr Hebel oder weniger oder die sehen anders aus oder sind an einer anderen Position. Aber da muss man aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Das kriegt man nie wieder hin und dann ist es ein Totalschaden. Das hier sieht aber erstmal ganz gut aus. Ich schalte den Drucker mal wieder ein. Da bewegt sich der Druckkopf aber auch nicht, obwohl er jetzt hier frei bewegbar ist. Und hier drüben kommt wieder die gleiche Fehlermeldung und ich nehme mal die Patronen raus. Die Patronen sind rausgenommen und den Kopf hier habe ich sicherheitshalber auch mal entfernt, weil die bereiten ab und zu mal Probleme mit der Elektronik, wenn die einen Defekt haben. Ich habe das Gerät wieder eingeschaltet, aber immer noch die gleiche Fehlernummer. Also mit dem Kopf scheint das nichts zu tun haben und auch nichts mit den Patronen. Als nächstes versuche ich mal den Drucker zurückzusetzen, also ein Reset durchzuführen. Dazu habe ich den jetzt hier ausgeschaltet. Das Netzkabel steckt und der Drucker ist aus. Da braucht man hier diese rote Taste mit dem roten Dreieck und dem roten Kreis und die Einschalttaste. Dann drückt man diese rote Taste, drückt die Einschalttaste, dann geht das grüne Licht an. Dann lässt man die rote Taste los und drückt sie fünf mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und lässt auch die Einschalttaste los. Ich habe den Drucker jetzt noch mal eingeschaltet und da erscheint aber direkt wieder die Fehlermeldung 5B00. Ich hatte den vorhin ja schon mal eingeschaltet, aber da ist das Display so ein bisschen grau geblieben. Irgendwas hat er gemacht, aber ist dann nicht richtig fertig geworden, hat gar nichts angezeigt. Da habe ich ihn ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, aber da passiert jetzt gar nichts außer dieser Fehlermeldung. Der Kopf der ist jetzt hier frei beweglich und sonst ist ja auch nichts im Drucker drin. Bei dem Drucker kann man noch mal die Walzen überprüfen. Da kann man hier mal dran drehen. Das bewegt sich aber auch oder hier hinten kann man reingreifen und kann auch wenn es schwer geht hier diese Hauptwalze bewegen. Also der Motor, der ist auch nicht blockiert. Da hängt auch nichts mehr drin. Das scheint wirklich hier ein Defekt der Elektronik oder der Elektrik zu sein. Was hier auffällt, wenn man den Drucker einschaltet, ist, dass hier kein Motor bewegt wird. Normalerweise hört man immer irgendein Geräusch aus dem Drucker. Da wird ein Motor bewegt, da dreht sich eine Walze oder der Druckkopf fährt mal von links nach rechts. Das passiert hier gar nicht. Also man kann hier mal vermuten, dass irgendein Motor defekt ist oder dass die Hauptplatine hier den Motor nicht ansprechen kann. Der Druckkopf ist auch ausgebaut. Also daran kann es schon mal nicht liegen. Die Patronen sind auch draußen. Die haben ja auch hier so ein Chip. Also die können auch keinen Fehler verursachen. Also hier denke ich mal lohnt sich eine Reparatur jetzt nicht mehr. Man kann hier den Drucker natürlich noch weiter auseinander nehmen und sich hier noch diese ganzen Walzen und Kabel und die Motoren angucken, ob man da was findet. Aber das lohnt sich wahrscheinlich zeitlich nicht. Das dauert mindestens eine Stunde oder zwei und ob man es dann wieder so zusammenkriegt, wie es jetzt ist. Das ist dann die andere Frage. Wenn ihr noch weitere Probleme mit eurem Drucker habt, dann schaut mal auf der Seite tooltame.de. Die ist ja drüben eingeblendet. Da findet ihr noch andere Videos mit Kennenproblemen, wie man den Drucker hier nochmal resetet, wie man Druckköpfe reinigt und so weiter. Schaut euch da einfach mal um. Der Link, den findet ihr unten bei der YouTube Videobeschreibung. Klickt einfach auf mehr Anzeigen und dann findet ihr den Link zu diesem Artikel und auch zu der Seite. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf meinem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut und repariert. Wie man andere Drucker von Epson oder von HP auseinanderbaut und repariert. Wie man Windows 10 installiert oder Windows 10 Probleme beseitigt oder Platten klont, schaut euch da einfach mal um. Da sind bestimmt dann noch jede Menge Videos für euch dabei.